Graf, ice cream so good, gang gang, gang gang, gang gang, gang gang. Ice cream so good, ice cream so good, balls, bing 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 bing, hart, hart, hart. Ja, ihr denkt jetzt spinnt Marc komplett, jetzt ist der Aluhut durchgesickert in die Synapsen. Nein, das ist der neueste Trend der chinesischen Spion-Software TikTok und das ist auch der Grund, warum ich es gelöscht habe. Ja, es gibt gerade Menschen, die vor der Kamera absurde Sachen machen, stundenlang und dafür tausende Dollar bekommen oder sogar Millionen verdienen, weil Menschen ihnen dafür Geld geben, dass sie sich zum absoluten August machen, zum absoluten Superclown. Oder habt ihr schon mal gesehen, wie jemand in eine Tüte futzt und sie dann seinem besten Freund in die Nase hält? Nee, kennst du nicht? Oder wie ein Pferd losgaloppiert, so richtig schnell und dann einfach ausrutscht und der Typ ist halbtot, der drauf saß. Oder noch geiler, jemand stopft Mentos in eine Cola-Flasche, schraubt zu und schüttelt und checkt dann nicht, als die Cola plötzlich explodiert. Wer die App auf dem Handy hat, kennt wahrscheinlich das Gefühl, man schaut mal kurz einen Moment aus Langeweile rein und als man zum nächsten Mal wieder zu sich kommt, sind drei Stunden vergangen. Der Kopf brummt und im Hintergrund dämmert das schlechteste Gewissen aller Zeiten, nämlich gerade ein Teil seiner Lebenszeit auf die dümmstmögliche Art vergeudet zu haben. TikTok ist von allen Social Media Apps, die uns ablenken und verblöden lassen möchte, die Allerblödeste. Immer wieder gibt es Forderungen, TikTok zu verbieten. Warum das so ist und warum du die App unabhängig von einem Verbot löschen solltest, darum geht es heute in diesem Video finanzielle Intelligenz. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich & Partner Vermögenssicherung. Zunächst mal ein paar Daten und Fakten zu TikTok. Was ist TikTok, woher kommt die App und was macht sie überhaupt? Mit einer Milliarde Nutzern ist TikTok zwar noch deutlich hinter Facebook und Instagram, aber hat ein großes Wachstum zu verzeichnen. Und das vor allem bei den jungen Nutzern. So sind fast 62 Prozent der TikTok-Nutzer im besten Alter und zwar von 18 bis 24 Jahren. Die App, in welcher hauptsächlich Kurzvideos geteilt werden, stammt von einem Unternehmen aus China und heißt dort Dujin. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber ist auch egal. Dieses Tech-Unternehmen mit dem Namen ByteDance wurde 2016 von Zhang Yiming gegründet. Doch neben dem Erfolg der App wurde in den letzten Jahren auch deutliche Kritik an der App immer lauter. So gibt es Bedenken bezüglich des Jugendschutzes und natürlich vor allem des Datenschutzes der Datensicherheit. Hinzu kommt, dass immer wieder die Nähe des Unternehmens zur chinesischen kommunistischen Regierung bemängelt wird und in diesem Zuge Zensur sowie Spionagevorwürfe natürlich getätigt werden. Wie Du Dich und Deine Daten digital schützen kannst, erfährst Du in meinem Handbuch zu Privacy. Das kannst Du kostenlos runterladen bei mir auf meiner Webseite unter friedrich-partner.de. In der Folge haben einige Länder die App bereits ganz oder für einen bestimmten Zeitraum gesperrt. In Indien zum Beispiel ist die App komplett verboten. Und in den USA fordern Politiker immer wieder ein landesweites Verbot. Warum? Weil es die Jugend einfach in Beschlag nimmt und verdummen lässt. Aber nicht in China, dazu komme ich gleich. Der US-Kongress hat die App im vergangenen Jahr auf dem Handy von Regierungsmitarbeitern ebenfalls löschen lassen und verboten. Die EU zog vor kurzem nach. Als in Frankreich vor kurzem die Straßen brannten, brachte der französische Präsident Macron ein Verbot von Snapchat und TikTok ins Spiel. Die beiden Apps würden die Jugendlichen aufstacheln, provozieren und Videos zu Nachahmungen verleiten. Und in einem Bericht einer Arbeitsgruppe des französischen Senats heißt es sogar wörtlich, die App habe internationale Schlagkraft, um den Widerstand einer globalen Jugend zu schwächen, die in einigen Jahren den Hauptkonkurrenten zum chinesischen Modell darstellen werde. Ja holla die Waldfee! Ist das alles eine riesen Psy-Op? Ist TikTok sozusagen ein Instrument der Macht der KP, der kommunistischen Partei in Beijing, um den Westen dumm zu halten? Ja, also was genau ist dran an den Vorwürfen? Saugt die chinesische Regierung die Daten von deinem Handy ab und weiß dann, wann du dumme Tier- und Furzvideos anschaust? Möchte sie dich verdummen, damit dann der Widerstand zwecklos ist, sobald dann irgendwie die Chinesen die Welt übernehmen? Es ist nicht so, dass die KP direkt auf dein Handy schaut. Was aber passiert ist, dass die Daten, das heißt, wann du die App startest, wie lange du dort bleibst, welche Videos du anschaust, die landen bei anderen Firmen, die sie wiederum zu Werbezwecken nutzen und dir dann wieder entsprechend Werbung einspielen. Das gleiche gibt es natürlich auch bei Meta, bei Apple, bei Amazon und bei Facebook. Ja, nur das sind ja die guten. Aber eins sollte dir immer klar sein, wenn etwas nichts kostet, dann bist du das Produkt und die Geldmaschine. Dann werden deine Daten vergoldet, digitales Gold. Und tatsächlich ist die Argumentation hier ein bisschen schief, dass wir das eine verbieten wollen, das andere nicht. Aber dazu später. Und es geht auch jetzt nicht wie bei Huawei um kritische Infrastruktur. Huawei ist ein staatsnahes Konzern aus China und der baut 5G-Netze und nutzt dabei wohl auch immer wieder Backdoors. Und im Fall eines kriegerischen Konfliktes mit dem Westen könnte das Regime in Peking also einen gewissen Vorteil haben und die Infrastruktur in Europa oder auch in den USA lahmlegen. Aber das ist bei TikTok und der Firma ByteDance nicht der Fall. TikTok selbst betont sogar, dass weder man selbst noch der Mutterkonzern ByteDance ein chinesisches Unternehmen sei. Das ist auch formal korrekt, denn die ByteDance Firmenholding ist auf den Kaiman-Inseln registriert, aus steuerlichen Gründen wahrscheinlich, und die Internationale Zentrale liegt in Singapur. Die nach Angaben der deutschen Bundesregierung wichtigste ByteDance Unternehmenseinheit sitzt aber dennoch in Peking. Sie betreibt mit Dujin ein TikTok-Zwilling, der den Zensurwünschen und inhaltlichen Vorgaben der chinesischen Führung folgt. Leider betreffen die Zensurvorwürfe aber nicht nur die chinesische Variante Dujin. Auch beim westlichen Ableger werden immer wieder Vorwürfe laut die App zensiere bzw. lösche Peking-kritische Inhalte. Jetzt kurz eine Frage an dich. Verwendest du TikTok? Kennst du Menschen, die TikTok verwenden? Hast du es noch installiert? Lass es mich mal unten in den Kommentaren wissen. Und wenn dir dieses Video jetzt schon gefällt und du viele kennst, die TikTok verwenden, teile dieses Video kräftig, gib einen Daumen nach oben und natürlich, ja, lass ein Abo da, aktiviere die Glocke, damit du immer informiert wirst, sobald ein neues Video online geht. Aber ist jetzt TikTok ein Instrument der kommunistischen Partei? Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Zum Beispiel im Jahr 2019 löschte die App das Video einer Nutzerin, die die Menschenrechtsverbrechen in der chinesischen Region Xinjiang anprangerte. Die Ugurin Feroza Aziz nutzte geschickt einen Umweg. Sie drehte Schminkvideos und redete ganz nebenbei über die Arbeitslager, in die die chinesische Regierung Millionen von Uguren inhaftierte. Clever gemacht. Und diese Videos der 17-Jährigen gingen viral und offenbarten das wahre Bild der kommunistischen Partei in China. Also, es werden Inhalte zensiert, bestimmte andere Beiträge werden hochgepegelt und gehen viral, andere dafür werden eingeschränkt oder gebremst. Sowas würden unsere Tech und Regierungen doch nie tun. Ähm, ja, genau. Interessant ist auch, dass der Inhalt der TikTok-Videos in China ganz anders sind als die anderen TikTok-Videos. Es ist eine Art strategische Kriegswaffe. Der Westen soll wohl verdummen, während die eigenen Leute dann mit intelligenten Mathematik-Videos auf TikTok animiert werden, zu lernen oder wie sie richtig Geld anlegen oder was über Biologie oder Erdkunde lernen. Und bei uns kommt dann nur sowas. So oder so. Ich lösche jetzt die App. Und du solltest mir gleich tun. Schütze dich vor Dummheit und Lebenszeitverschwendung. Warum? Weil Lebenszeit ist kostbar. Vergolde sie nicht. Dieses Motiv gibt es natürlich auch bei mir im Webshop. Einfach mal reingucken oder mark-friedrich.de, die wir da ein bisschen Zeit verbringen und was Sinnvolles machen, als, ja, sinnlose Videos anzuschauen und seine Lebenszeit zu verplempern. Und wenn es wirklich eine Strategie ist, der kommunistischen Regierung die westliche Jugend zu verdummen, dann sind sie auf dem Weg auf jeden Fall relativ erfolgreich. Und da sollte man sich natürlich die Frage stellen, als Nutzer von TikTok oder als Jugendlicher oder sogar als Eltern oder Puder oder was auch immer, was für Medienkonsum eure Kinder verwenden oder eure Freunde und Bekannte. Und wie gesagt, ich werde TikTok löschen. Keine Chance den Extremisten, egal ob links oder rechts. Und denkt immer daran, auch ohne TikTok, ja, vor allem ohne TikTok, ist die Welt da draußen besser, als wenn wir glauben. Herzlichst, euer Marc.